Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von Accra Profit gehört haben. Wir sind noch ein relativ junges Unternehmen, aber sehr aufstrebend. Wir produzieren Billigwaren und bieten aber gleichzeitig volle Transparenz über die Produktionskette. Wir beziehen die Schokolade direkt von der Elfenbeinküste, Ivory Chalk heißt die deshalb auch. Dadurch schaffen wir halt als multinationaler Konzern Arbeitsplätze vor Ort. Ist das 9,30 Cent? Ja. Wie? Die ganze Tafel? Die ganze Tafel, genau. Das ist dadurch möglich, dass die dort sehr bescheiden sind in ihren Preisvorstellungen. Dadurch können wir halt faire Preise garantieren. Also faire Preise im Sinne von günstige Preise für die Verkaufung. Aber es ist nicht fairer Handel, oder? Das Wort fair ist ja jetzt in dem Sinne nicht geschützt, dass... Es ist fair für den Konsumenten. Es ist fair für den Konsumenten, genau. Die sind sehr günstig, wie kommt das denn? Warum die so günstig sind? Das liegt einfach daran, dass wir unseren Arbeitern nicht so viel bezahlen. So, okay. Also die sind garantiert gewerkschaftsfrei, die Bananen. Also wenn wir sehen, dass irgendwo Leute Arbeitnehmerrechte einfordern wollen, da machen die halt einen Strich durch die Rechnung, ja. Dann unterbinden wir das eigentlich im Keim. Wir sind 100 Prozent kontrolliert. Also im Sinne, wir kontrollieren die Produktionsbedingungen und die Arbeiter immer sehr genau. Und sparen eben überall, wo man kann. Ah, die Eier, die kommen aus bester regionaler Kleingruppenhaltung. Die sind dann so wie so ein Studenten-WG, ne? Auf engstem Raum. Hier ist 100, 800 Quadratzentimeter Platz. Das ist ein bisschen mehr als ein DIN A4-Blatt. Wir nennen das deshalb auch das goldene DIN A4-Blatt. Die sind doch furchtbar ausgesucht. What you eat is that. Okay. Wow. Ja, so eine Eierfrasse. Von solchen Hühnern, die so gehalten werden. Das weiß auch jener, was man scheiß beim Discounter kaufen kann. Das kann man jetzt hier auch kaufen. Ganz genau. Alles klar. Alles klar. Und wir kaufen immer dann, wenn der Kaffeepreis im Keller ist. Das ist dann gut? Das ist gut. Und dadurch können wir hier immer Low-Cost-Beschaffungen sicherstellen. Da haben sie richtig Glück gehabt. Da haben sie richtig Glück gehabt. Und da kann so ein Kleinbauer einfach nicht mithalten. Der muss dann eben schon mal den kürzeren ziehen. Hat da eben weniger Einkommen. Ja, ja. Also die arbeiten halt für den Kaffee. Und wir versuchen halt immer, denen sozusagen das zum günstigsten Preis abzuluchsen. Hier. Ich gebe gerne ein Kaffeechen. Den hier nehme ich noch eine. Also wir machen ja auch mit Kinderarbeit die Schokolade, ne? Das ist in der Schokoladenindustrie weit verbreitet. Naja, also es wird eben oft angekreidet, dass Kindersklaverei so ein Problem sei. Aber da sagen wir, da wollen wir einen Imagewechsel. Wir beten modernen Kakaoanbau für jedes Alter. Können die dann da zusammen, wie Ferien, oder sagen wir, Arbeitsferienlager. Durch deren Engagement können wir diese Schokolade hier zu dem Preis einkaufen. Die wissen noch nicht mal, wie Schokolade schmeckt. Möchten Sie eine Tafel kaufen? Ja, diese hier. Wir geben sogar mehr Geld für unsere Pestizide aus, als für unsere Arbeiter, um ehrlich zu sein. Und das finden wir, aber steht auch in einem guten Verhältnis. Und wir sparen halt wiederum bei der Schutzkleidung. Also wenn die Flugzeuge über die Plantage fliegen, da können sie auch mal ein Ärmel vor den Mund halten. Da müssen die nicht extra die Plantage verlassen. Also da arbeiten Kinder, die werden dahin quasi verkauft oder verschleppt. Wir könnten natürlich den Eltern mehr Geld bezahlen, dann werden nicht gezwungen, ihre Kinder zu verkaufen. Aber wir investieren so viel in Werbung, das irgendwo muss man ja sparen. Also ich nehm's jetzt. Nein! Die beiden Jungs finde ich sympathisch. Wir sagen immer Realität akzeptieren, Profit maximieren. Da machen wir auch Massentierhaltung. Also da sehen Sie hier, dafür muss man ja auch viel Wald abroden. In dem Fall Brasilien. Da machen wir großflächige Sojaplantaten, Monokulturen. Ich nehm die mal nicht. Hier war so ein größer Schritt. Das geb ich Ihnen gern was, ja. Also das Essen kommt aus Brasilien, die Schweine sind in Deutschland. Das ist wirklich verrückt, also wie heute das Essen einmal um den Globus geht. Die Reste, der Abfall von dem Schwein kommt dann nach Afrika. Wir verkaufen uns das Tiefkühlkost dann dort. Und ich meine, die überfluten dann dort die Märkte? Da komm ich wieder gerne. Ja, schön. Gefällt's Ihnen, ja? Dann bis zum nächsten Mal. Ich sag immer, danke Dritte Welt, dass Sie uns das ermöglichen, dass wir hier so gut essen können. Durch eben diese verschiedenen Ausbeutungsprozesse ist es möglich, dass wir hier zum günstigen Preis guten Kaffee trinken, ja? Das nehm ich dran. Nehmen Sie, ja? Ja. Für 2 Euro, die Bananen, 20 Cent. Ich nehm die hier mit. Nehmen Sie die. Machen wir heute 2,50 Euro für Sie. Ich nehm den auch noch mit. Nehmen Sie auch noch, machen wir 4,50 Euro. Nehm ich auch noch mit. Nehmen Sie auch noch einen dazu. Das läuft hier wirklich gut heute. Soll das ein Witz sein, oder meint ihr das ernst? Naja, es läuft im Moment ziemlich gut. Die Leute greifen das aus der Hand. Ja, aber wenn man was anders machen will, muss man doch schon was anders machen, oder? Ja, klar. Ja, klar. Vielen Dank.